Blaue Kulsch und die Hochmarnatastung in der Wagenfase. Ich bleibe nicht lang, glaube ich. Musik 2005 hat das Künstlerkollektiv REBA diese Idee ins Leben gerufen. Das ist ein Aktionstag für ein besseres Lebensgefühl in der Stadt. Und das machen auch andere Städte, seit 2007 auch in Deutschland, München, Berlin und Leipzig. Und jetzt zum ersten Mal auch in Rostock. Und wie man sieht, klappt das wohl auch ganz gut hier mit dem besseren Lebensgefühl, was wir vermitteln wollen. Musik 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 Wir sind die Artgenossen. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr zusammengeschlossen. Wir sind freiwillige Frauen und Männer, die sich einmal im Monat treffen und zur aktiven Burnout-Prophylaxe ein bisschen Kunst machen. Musik 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 Musik